Es ist der 28.10.2017 und es ist ca. 20 vor 3 und wir stehen hier gerade im Stall, weil draußen ist es richtig windig. Dann hättet ihr mich vielleicht gar nicht verstanden. Wenn ich wir sage, meine ich Sarah. Sarah ist auch wieder dabei und wir haben heute ein paar Sachen mit Tyra vor. Und was wir machen, das seht ihr, wenn ihr das Video weiterschaut. Ich würde mich freuen. Ich würde mich freuen. Ich würde mich freuen. Also wir sind jetzt hier in der Reithalle mal wieder. Und ja, wir haben halt Tyra angemalt und das ist bisher mein schlechtestes Werk. Also wir haben Tyra ja schon öfter mal angemalt, aber wir haben es halt nie wirklich gefilmt. Aber das ist heute wirklich nicht so ganz gut gelungen. Na, auf jeden Fall suchen wir jetzt hier eine Halle und wir reiten ein bisschen was. Danke. 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 軸 Bis zum nächsten Mal.